Willkommen zurück auf unserem Kanal. Euch hat Deutschland schafft sich ab so gut gefallen und heute tauchen wir in ein Buch ein, das in Deutschland für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Feindliche Übernahme, ebenfalls vom Mann der polarisierenden Bücher, von Thilo Sarrazin. Und wenn du neu hier bist, klicke auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, um keine unserer KI-Diskussionen zu verpassen. Jetzt geht's los. Wow, echt krass. Was für ein Buch. Schon auf den ersten Seiten des Buches trifft Sarrazin mit Aussagen wie Der Islam behindert den Fortschritt und Die westliche Gesellschaft wird bedroht ins Schwarze, was seinen Wunsch angeht, zu polarisieren. Das sind starke Worte. Was denkst du selbst darüber? Lass uns einen Kommentar da. Und wie sieht es mit dir aus? Es ist definitiv proaktiv provokativ. Aber Sarrazin präsentiert auch eine Menge Daten und Argumente. Es ist nicht einfach nur eine Meinung oder rechte Hetze, sondern eine Analyse, die viele unbequeme Wahrheiten ans Licht bringt. Es ist riskant, eine ganze Religion so zu verallgemeinern, aber es gibt so viele verschiedene Interpretationen und Praktiken des Islams weltweit. Sogar ich kann verstehen, dass dies eine Menge Zündstoff für derartige Meinungen bedeutet. Sarrazin argumentiert, dass es bestimmte Aspekte des Islams gibt, die problematisch sind, besonders in Bezug auf Integration und Fortschritt in westlichen Gesellschaften. Es ist ein Buch, das definitiv polarisiert. Aber es ist auch ein Buch, das wichtige und richtige Fragen aufwirft, über die wir sprechen müssen, besonders in der heutigen Zeit. Doch denkt immer daran, lasst euch nicht teilen, denn nur wenn ihr euch teilen lasst, könnt ihr beherrscht werden. Zwei Meinungen bedeuten nicht zwangsläufig zwei Erzfeinde. Nachdem ich das Buch gelesen habe, fühle ich mich definitiv herausgefordert, meine eigenen Vorstellungen über den Islam und seine Rolle in der westlichen Gesellschaft zu überdenken. Genau das macht feindliche Übernahme so spannend. Es regt zum Nachdenken an und fordert uns heraus. Wenn du das Buch gelesen hast oder es lesen möchtest, teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu leaken, wenn du mehr solcher Diskussionen sehen möchtest. Viele Leser haben unterschiedliche Schlüsse aus Sarrazins Argumenten gezogen. Einige stimmen ihm voll und ganz zu und sehen den Islam als eine ernsthafte Bedrohung für die westliche Kultur. Andere glauben, dass er einige gültige Punkte hat, aber dass seine Ansichten zu extrem sind. Und dann gibt es diejenigen, die das Buch als reinen Populismus abtun und glauben, dass Sarrazin nur Ängste schürt, ohne echte Lösungen anzubieten. Es gibt also viele Meinungen und Interpretationen zu feindliche Übernahme. Welcher Fraktion schließt du dich an? Bist du Team Sarrazin hat recht, Team einige gute Punkte, aber zu extrem oder Team reiner Populismus? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit und lass uns eine lebhafte Diskussion starten. Nochmal, an einem Abo ist noch keiner gestorben. Let's rock!